Hey, ich begrüße euch zu einem kleinen Infovideo, wie es momentan jetzt hier auf diesem Kanal weitergehen wird. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass die letzten Wochen jetzt nicht unbedingt immer regelmäßig Videos kamen. Das hat halt einfach den Grund, ich habe schon mehreren als zuletzt erwähnt, dass ich jetzt 12. Klasse bin und deswegen halt so ein bisschen mehr schulisch zu tun habe als davor. Aber das ist aber nicht mal ausschlaggebend der Grund, sage ich mal, weil ich würde es locker schaffen, jeden Tag ein Video aufzunehmen, schnell zu rennen und hochzuladen. Und am Wochenende habe ich ja eh Zeit, ein bisschen was voraus aufzunehmen, sage ich mal. Also von der schulischen Seite her würde das voll klappen, zumindest von den normalen Dingen in der Schule, sage ich mal. Denn dann kommt jetzt momentan der Stress dazu mit dem wundervollen Seminarfach. Das ist so ein Ding, das gibt es halt hier in Thüringen. Ich glaube auch noch ein paar anderen Bundesländern, aber ich glaube nicht in allem. Und Seminarfach ist halt, dass du quasi die ganze 11. und 12. Klasse über an einem Thema arbeitest. Also nicht die ganze 12., die ganze 11. und den Anfang von der 12., sage ich mal, an einem Thema arbeitest. Und dazu eine Facharbeit schreibst. Das ist Seminarfacharbeit halt, logischerweise. Und das ist halt mega viel Arbeit einfach so insgesamt. Und momentan habe ich Ferien seit, ich kann mal kurz nachschauen, dem 29.9., das war am Freitag. Da haben die angefangen, also da war Wochenende, da haben sie angefangen am 2., den 2.10. war der Montag, da haben sie so angefangen. Aber für mich fangen mich am Wochenende an, egal. Und ihr merkt vielleicht, ich bin auch so ein bisschen krank momentan. In den Ferien krank zu sein, das ist super. Und ja, deswegen in den Ferien ist jetzt hier voll die Hochzeit fürs Seminarfach, sage ich mal. Weil wir da halt noch einfach alles machen müssen, was man halt davor noch nicht geschafft hat. Und man muss alles fertig machen, weil wenn die Schule wieder anfängt, dass es am 16. Abgabe ist. Und deswegen ist momentan mega der Stress, war schon davor so, deswegen kam halt kaum was. Und jetzt in den Ferien habe ich da ja auch weniger Zeit, um irgendwas vorzuproduzieren. Aber ich habe schon Monate vorher ein bisschen vorausgedacht, als in der 11. Klasse noch ein bisschen mehr Zeit war, sage ich mal. Also ihr wisst ja, wenn ihr auf einen Kanal guckt, merkt ihr, ja der Kanal ist momentan so mit Let's Plays ein bisschen überfüllt. Wir haben da Xenoblade. Das ist weit vorbei. Ähm, ich müsste mich nur mal durchringen, das mache ich auch heute Abend, zu leveln. Dann kann ich nämlich die letzten Bosse schaffen. Und dann ist das LP in ein paar Parts vorbei. Das heißt, Xenoblade ist bald vom Kanal komplett runter. Da haben wir schon mal ein LP, was dann abgeschlossen ist. Yay, von den Tausenden, die momentan laufen. Dann was haben wir noch schönes? Terranigma, hier. Ähm, ja, das läuft momentan. Da kommt jetzt wieder seit ein paar Tagen täglich ein Part, weil ich da halt ein bisschen was vorproduziert habe jetzt schon in den Ferien. Also das würde jetzt täglich ein Part weiterlaufen. Ähm, das versuche ich auch nach den Ferien noch so hinzukriegen. Nach den Ferien beruhigt sich auch wieder etwas, sage ich mal. Weil dann fängt zwar die Klausurphase an und es stehen noch diverse Projekte an, sage ich mal, für mich. Ähm, aber das kriege ich dann irgendwie hin, da täglich ein Part zu schaffen. Hoffe ich zumindest, aber das sollte klar sein. Da kommt weiterhin täglich ein Part, auch nach den Ferien. Weil ich habe jetzt in den Ferien noch ein bisschen Zeit was vorzuproduzieren. Dann haben wir... Ja, okay, Mario Kart 8 ist ein Online-Let's Play ursprünglich, was halt immer mal so kam, wann ich irgendwie Lust drauf hatte. Es kam jetzt längere Zeit nicht, deswegen denke ich... Ich habe ja auch mal angefangen in dem Let's Play einfach die Cups zu spielen. Deswegen denke ich, ich werde noch die Cups zu Ende spielen in den kommenden Tagen. Also, dass ich die letzten Cups noch hochlade. Ähm, das nenne ich mal so viel, glaube ich. Und dann noch 1, 2 Online-Ports mache und das dann beende das Display, weil es ist halt ein Projektslot, sage ich mal. Ich habe eh kaum Lust, das Spiel zu spielen, so wirklich, und deswegen kommt es einfach kaum. Und es ist halt kein Projekt, was immer so läuft, sage ich mal. Und deswegen, ja, Mario Kart 8 ist dann erst mal vorbei. Ähm, und damit auch ein Projektslot wieder offen, den ich nicht belegen werde, weil ich brauche Platz auf dem Kanal. So, dann Final Fantasy VI. Ähm, ja, das läuft momentan so nebenher, würde ich mal so meinen. Ähm, kommt mal was, kommt mal wieder nicht was. Also, ich denke mal, äh, das würde auch so weiterlaufen. Ich werde jetzt in den Ferien wieder ein bisschen was für die Schulzeit produzieren, sage ich mal. Ähm, weil ich habe halt Zeit in den Ferien, aber da ist halt auch viel Zeit vom Seminarfach belegt, sage ich mal. Ähm, also ich habe Zeit, aber halt nicht so viel Zeit. Deswegen, ich kann in den Ferien viel froh produzieren, aber halt nicht unbedingt mega krass ultra viel. Deswegen, ähm, ja, wird es weiterhin so laufen, dass mal ein Part kommt, mal nicht und so weiter und so fort. Dann Dragon Quest neu. Ja, da bin ich jetzt in der Endphase, sage ich mal. Ich muss noch die ganzen Missionen beenden. Und dann will ich noch ein bisschen was in Richtung Grotten machen, aber dann ist es auch vorbei. Aber dafür muss ich halt noch viel leveln und was weiß ich deswegen. Da kommen wahrscheinlich demnächst wieder ein paar Streams. Äh, vor allem am Wochenende, weil da die meisten Leute Zeit haben. Also, haltet da mal die Augen auf demnächst. Jetzt nicht unbedingt in den nächsten paar Wochen, aber demnächst, sage ich mal. Da kommt dazu wieder ein bisschen was. Also, die Parts kommen logischerweise weiterhin, bis ich die ganze Mission geschafft habe. Aber wegen den Grotten muss ich halt noch viel leveln und viel, ähm, vorbereiten und so. Und dazu kommen halt wahrscheinlich Streams und, ja, haltet da mal die Augen auf, sage ich mal. Dann Final Fantasy XII, was gestartet ist wegen dem Zodiac Age Release damals. Ähm, war vielleicht nicht so klug von mir, das zu starten, aber ich hatte so viel Bock da drauf. Und es lief auch mal eine Zeit lang täglich. Das versuche ich jetzt auch wieder einzupendeln. Ich nehme das wieder so vor, wie in den Ferien, wo das LP gestartet ist, also in den Sommerferien, jeden Abend zwei Parts aufzunehmen. Dass ich halt einen am nächsten Tag hochladen kann und dann noch einen im Vorrat hab, quasi. Also, das sollte ich irgendwie hinkriegen, dass es wieder täglich kommt mit Terranic Madame. Und die anderen LPs kommen halt, wenn ich Lust und Zeit dafür hab. So dann, dafür bei Breath of the Wild bereue ich es, das LP gestartet zu haben. Also, ich möchte es nicht abbrechen oder so, weil es mir, es macht mir ja Spaß, das LP, aber es hätte, glaube ich, mir mehr Spaß gemacht, wenn ich es privat gespielt hätte, weil ich halt einfach nicht, ähm, das spielen oder spielen könnte, ähm, wenn ich halt Zeit dafür hab, sag ich mal. Also, also, Zeit für den Aufnahmen hab, sag ich mal. Weil dann könnte ich mich auch einfach so mal kurz hinsetzen und ein bisschen spielen und gut ist. Aber so hab ich halt konstant, ähm, einfach diesen Aufnahmetruck, sag ich mal. Ich komm halt deswegen auch nicht so, ähm, äh, so sehr weit in den Let's Play, weil ich halt auch einfach sehr viel erkunde für mich persönlich und das macht mir auch Spaß, das halt so zu spielen in dem Let's Play. Aber, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen hinderlich für den Vortritt des LPs. Deswegen habe ich schon oft überlegt, es abzubrechen, aber ich möchte es eigentlich nicht abbrechen, weil es macht mir ja Spaß, das LP, deswegen. Also, Breath of the Wild versuche ich auch wieder ein bisschen vorzuproduzieren und da was aufzunehmen. Ähm, und, ja, was haben wir noch? Äh, IMZ-Tuna. Das ist halt damals gestartet. Ich war echt dumm, das damals zu starten, weil es sollte ursprünglich, kurz bevor es rauskam, ähm, lief das Phoenix Wright LP noch und das wollte ich so schnell wie möglich beenden, dass ich das dann zum Release des Spiels bringen kann. Hat nicht so ganz geklappt, weil dann wieder die Schule da zwischendurch gegriffen hat und demnach ist das Phoenix Wright LP erst ein bisschen später beendet worden. Dann dachte ich mal eigentlich so, ja, okay, ähm, jetzt ist es nicht mehr Release, jetzt ist es schon ein paar Wochen draußen, startest du nicht mehr. Aber dann habe ich mich kurzfristig doch umentschieden und es aus Dummheit doch gestartet. Und dann kam es lange Zeit nicht. Das läuft schon seit 2016. Es, wir haben fast Ende 2017. Es läuft schon seit Ende 2016, also schon fast ein Jahr. Ich glaube sogar schon, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, was hat damals so, ähm, ja, dass es kaum kam, weil ich halt die Parts, oder die, das ist, das Spiels auf Englisch und es immer übersetzt habe im Nachhinein. Das habe ich dann gelassen, dann kam es ein bisschen öfter. Und jetzt müsste ich mich mal einfach drei Abende oder so hinsetzen und das Spiel vielleicht auch nehmen. Weil ich bin so ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Und dann, das sind vielleicht noch 25 Parts oder so, keine Ahnung. Also zumindest so von dem, was ich bei anderen Leuten so sehe. Äh, wenn ich vergleiche, ah, das ist ja erst ein Part, äh, keine Ahnung, 25 da, wo ich jetzt bin. Und als LP ist 50 Parts lang. Dann kann ich mal so schließen, ja, okay, werde ich auch so ungefähr 50 Parts für brauchen. Ich bin ein bisschen schneller. Aber deswegen, 48 oder so, keine Ahnung, deswegen. Dann müsste ich mich einfach mal hinsetzen, ein paar Abende lang und das vielleicht aufnehmen. Dann kommt das jeden Tag und dann ist es auf Hälfte, sage ich mal. Aber das mache ich nicht, weil ich kann das Spiel halt nicht so lange spielen, weil es auf Englisch ist einfach. Es geht für mich einfach nicht. Deswegen brauche ich halt damals, um das zu starten einfach. Ich weiß nicht mal, wieso ich es gemacht habe. Ja, also das ist halt so, ich habe momentan einfach kaum Zeit, so irgendwie die ganzen Videos zu bringen, sage ich mal. Aber wie vorhin schon gesagt, war ich vor einigen Monaten schlau und habe für diese Phase, wo halt ich kaum was aufnehmen kann und deswegen auch kaum in die aktuellen LPs bringen kann, habe ich ein LP vorproduziert. Und das ist nämlich Tales of Symphonia. Das habe ich damals angefangen aufzunehmen und ich bin so gut wie fahre ich damit. Und das werde ich jetzt die nächste Zeit jeden Tag ein Part bringen, weil das beeinflusst die anderen Uploads nicht, weil das LP halt schon so gut wie fertig aufgenommen ist. Ich weiß, ich mache mir da eigentlich mehr Arbeit, weil halt noch ein LP startet, aber mache ich eben nicht, weil es schon fertig aufgenommen ist. Es ist nur Hochladen und das Hochladen kann ich auch mal schnell in der Nacht machen oder so. Deswegen, da geht eigentlich keine weitere Zeit verloren, sage ich mal, oder so, die ich mit dem LP zubringen muss. Es ist eigentlich nur Hochladen. Das habe ich vor Monaten schon so gut wie fertig aufgenommen. Es fehlen noch ein paar Parts, aber ja, das ist halt so die Sache. Deswegen, jetzt werden mich manche wahrscheinlich für bescheuert halten, wieso ich denn noch ein Let's Play schotte, aber es ist eigentlich schon sinnvoll, weil halt täglich mindestens ein Video kommt und dann halt dazu noch die Videos von den anderen LPs, die ich schaffe. Versteht ihr? Also, das ändert quasi nichts daran, außer, dass noch ein Let's Play zusätzlich kommt, was aber halt dann täglich kommt. Also, definitiv täglich. Das heißt, ihr habt täglich ein Video mindestens von mir, das ihr euch anschauen könnt. Und es beeinflusst halt, wie gesagt, die anderen LPs nicht, weil ich auch meinen Nachtversuch laden kann und so weiter und so fort deswegen. Also, das ist eigentlich kein Grund, irgendwie jetzt die Alarmglocke zu schlagen und sagen, starte doch nicht noch eine Pädophilidio. Nein, es ist eigentlich voll okay, weil es mir halt keinen Mehraufwand macht oder so. Es ist einfach, ähm, ja, dass eine Absicherung, dass täglich mindestens ein Video kommt, so zu sagen. Und damit versuche ich weiterhin täglich die Anigma zu bringen und Tales of Symphonia kommt wirklich täglich, das schwöre ich euch. Dann versuche ich jetzt, ähm, täglich Final Fantasy XII wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht mache ich es auch irgendwie zweitägig. Ich glaube, das wäre schlauer. Dann kann halt noch so ein bisschen die anderen LPs kommen. Ja, ihr werdet sehen, wie es läuft. Aber ich versuche momentan, wieder ein bisschen, ähm, back ins Business zu kommen, sag ich mal, weil die letzten Wochen kamen jetzt relativ wenig Videos. Dann, ähm, jetzt seit Ferienbeginn versuche ich, wieder täglich einzubringen. Und das ist meistens der Anigma. Und, ja, damit läuft das, sag ich mal. Das ist jetzt mein Masterplan. Und ich habe, wie gesagt, von Tales of Symphonia schon ziemlich viel aufgenommen. Also, ich bin wahrscheinlich kurz vorm Ende. Ich kenne es ja nicht deswegen, aber ich glaube, ich bin kurz vorm Ende, so ungefähr. Und, ähm, ja, da läuft es auf jeden Fall. Da kommt das täglich, definitiv. Und die anderen LPs heißen, wie ich, wie ich schaffe einfach. macht euch da keine Sorgen, dass ich mir irgendwie zu viel aufhase oder so. Ist es eigentlich, es läuft und gut ist, also, wenn ihr es nicht gucken wollt, dann guckt es halt nicht und wartet einfach ganz normal auf die anderen Let's Plays. weil, wie gesagt, es ändert an dem anderen Video Output nix. Die laufen ganz normal weiter so. Und ich möchte die Tales of Symphonia Parts auch einfach mal loswerden, weil ich habe die ersten Parts halt wirklich schon vor längerer Zeit aufgenommen und deswegen würde ich da einfach loswerden, sag ich mal. Und die ersten Parts waren auch, also die ersten paar Parts waren wirklich nicht so gut, muss ich jetzt sagen. Also, wenn euch die ersten paar Parts nicht gefallen, scheitert bitte nicht ab. das Let's Play wird wirklich noch super, aber, ähm, ich muss da halt an das Spiel reinkommen, sag ich mal. Vor allem ins Kampfsystem. Also, anfangs war ich noch ziemlich schlecht. Aber das war von mir gewöhnt, sag ich mal. Deswegen, gebt dem Spiel eine Chance, gebt dem Let's Play eine Chance und dann läuft das weiter alles ganz normal. Gut, das wollte ich mal angemerkt haben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute kommt noch die Ranitma. Vielleicht ist er schon gekommen. Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Und Tales of Symphonia startet noch. Und dazu gibt es noch einen neuen Banner. Ja, wo, 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 wo Tales of Symphonia mit drin ist. Also, ja, macht euch da keine Sorgen irgendwie, dass ich mir viel zu viel, viel zu viel aufheise. Das läuft alles ganz normal weiter, wie es schon momentan läuft, weil ich halt, das schon voraufgenommen habe. Und dann, dazu kommt noch, dass ich demnächst Xenoblade beende. Wenn ich, also ich hab mich heute Abend definitiv hinsetzen und drei Stunden leveln oder so. Das wird zwar anstrengend und ich werde mich dafür hassen, aber dann kann ich das LP endlich zu Ende aufnehmen und das LP dann bringen. Dann fällt das nämlich schon mal weg. So. Dann fällt irgendwann demnächst, wenn ich mich jetzt an die nächsten Tage hinsetze und wirklich täglich so ein paar Parts aufnehme, ist der Zuna weg, weil es ist halt wirklich nicht mehr viel. Es ist, ich bin ungefähr ein bisschen weiter als die Hälfte. Es ist wirklich nicht mehr viel. So, dann. Terranigma habe ich so geschaut. Die meisten LPs haben 50 Parts. Ich hab mal in eine LP reingeschaut und die ist da, die Let's Player, die das gespielt hat, ist da genauso weit wie ich in Part 17 und der hat 54 Parts. Deswegen denke ich mal, dass ich auch so in der Drehung 54 Parts ungefähr haben werde. Deswegen, das läuft täglich jetzt weiter. Mario Kart 8 versuche ich demnächst zu beenden. Also, ich werde mich da jetzt wahrscheinlich hinsetzen und die Cups fertig aufnehmen, dann noch 1, 2 Online Parts machen und dann ist das auch gegessen, sag ich mal. Und dann sieht es da hier schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Da haben wir nur noch 6 Let's Plays. Guck mal. Das ist auch schon eine menschliche Anzahl, sag ich mal. Und dann wird Tales of Symphonia so die nächsten paar Monate durchlaufen. Also, was heißt Monate? Ich denke mal, so lange werde ich nicht brauchen. Ich denke mal, so typisch 3 Monate ungefähr über das IP laufen und die anderen IPs werde ich sehen. Ja, genau. Gut, das war's dann. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.